Hallo Schalker, hallo Abi, willkommen zum letzten Autotalk vor der Winterpause. Hallo Dennis. Wie fandest du dein letztes Spiel gegen Mainz? Das war doch ein richtig geiles, geiler Kampf, den wir da zu sehen bekommen haben, oder? Ja, das ist ja das, wenn du kämpfst, Dennis, dann wirst du auch Spiele gewinnen. Und das habe ich ja immer gesagt, also über den Kampf zum Spiel und dann kommt das Glück auch wieder. Und Glück braucht man im Fußball. Wenn man kein Glück hat im Fußball, dann ist es schwierig, Spiele zu gewinnen. Und ja, ich fand das Spiel sehr gut. Unsere Jungs haben richtig gut gekämpft, gut gespielt im Mittelfeld auch. Und Kral war für mich überragend gewesen. Überragend, muss ich wirklich sagen. Habe ich schon lange nicht mehr gesehen, dass der einer so viel Gas gibt im Mittelfeld. Und da müssen die einige Jungs auch ein bisschen den mal ein bisschen angucken, weil der will gewinnen. Das sieht man. Aber ich habe auch das Gefühl gehabt, dass gegen Mainz alle gewinnen wollten. Und deswegen haben wir das Spiel auch eingefahren. Ja, wir haben da auch ein paar Chancen dabei. Und auch einige ganz hochkariert. Ja, natürlich. Ja, und jetzt haben wir die nächsten Gegner vor der Brust. Da ist natürlich ein ganz anderes Kaliber. Die Bayern kommen zu uns. Neun Spiele in Serie gewonnen. Ja, und wir jetzt gegen Mainz. Und unser Trainer, der Herr Reis, hat ja schon mal die Bayern in dieser Saison bezwungen. Allerdings mit dem VfL Bochum. Meinst du, wer hat wieder so ein glückliches Händchen? Oder wir können den Bayern hier ein Stippchen schlagen? Ja, auf jeden Fall weiß er, wie man Bayern schlägt. Das ist schon mal klar. Sonst hätte er ja mit Bochum nicht geschafft. Und das ist natürlich auch schon ein kleiner Vorteil für unsere ganze Truppe. Den kann er also schon mal sagen, Jungs, wir haben das so und so gemacht. Vielleicht macht er es ja auch wieder so. Und wir können die Bayern schlagen. Aber du weißt, jetzt ist die WM vor der Haustür. Es sind einige Spieler oder ich glaube sieben oder acht Spieler sind bei der WM dabei. Man darf nicht vergessen, das ist das letzte Spiel. Keiner will sich verletzen. Jeder möchte bei so einem großen, geilen Turnier wie bei der WM dabei sein. Und ja, vielleicht geben die eben mal zehn Prozent weniger, was die normalerweise den anderen Mannschaften voraus sind. Diese zehn Prozent. Und vielleicht machen sie das heute mal nicht. Und dann sehe ich auch so große Chancen, dass wir die auch schlagen können. Oder auch mindestens einen Punkt und schlagen, wie ich noch niemals sage. Ich war schon mit dem Punkt zufrieden. Ja, also ich glaube auch. Ich denke, wenn wir einen Punkt zu Hause gegen die Bayern machen, wie gesagt, in der Form, wie die momentan sind, ich glaube, da können wir schon wie ein Sieg feiern. Ja, auf jeden Fall. Also du musst aber auf jeden Fall wieder 120 Prozent gehen. Ja, also nicht 100, 120 Prozent. Eine Mannschaftsleistung, da muss wieder eine Einheit, ein Block auf dem Feld stehen. Wir als Fans stehen sowieso immer hinter der Mannschaft. Ja, genau. Und dann werden wir den Bayern heute mal vielleicht die Lederhosen ausziehen. Oder zumindest mal die ersten Knöpfe öffnen. Ja, also wenn wir die Knöpfe öffnen und wir kriegen einen Punkt, das wäre natürlich Weltklasse, das muss man wirklich sagen. Also ich freue mich aufs Spiel, bin richtig geil drauf, weil das ist Bayern, das ist was anderes, als wenn du was weiß ich gegen Hertha spielst. Ja, auf jeden Fall. Da ist der Ehrgeiz, sollte doch der Ehrgeiz da sein. Wie gesagt, unser Trainer wird die Mannschaft hoffentlich in der Kabine super einstellen. Und dann werden wir ein tolles Spiel sehen und vielleicht auch ein paar Punkte einfahren gegen die Bayern. So ist es Dennis. Dann wünsche ich uns ein schönes Spiel, Abi. Ja, ich. Eine ruhige Winterpause. Jawohl. Und eine schöne WM und wir sehen uns in der nächsten Saison wieder und nur der S04, meine Freunde. Glück auf. Glück auf. Ciao.